Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde bei El Ali Holding. Bevor wir natürlich hier heute starten, möchte ich den Gewinner des Gewinnspiels verkünden. Blende ich kurz mal ein, das ist der Hamse. Ibrahim, danke für deinen Kommentar und danke natürlich auch dafür, dass du uns hier unterstützt. Bitte melde dich bei uns privat, sodass wir dir Zugang geben können zu deinem Gruppencoaching. An alle anderen kann ich mich nur bedanken für natürlich diese große Anteilnahme und vor allem natürlich, dass ihr bei uns lernen wollt. Nichtsdestotrotz, solche Aktionen wird es immer wieder mal geben, aber ich kann natürlich immer nur ans Herz legen, bei uns zu lernen, weil wir bringen natürlich die Ergebnisse und vor allem machen wir das schon seit mehreren Jahren. Das erstmal dazu. Was ist an der Börse passiert und was könnte als nächstes passieren? Wir haben eine Woche erlebt, die sehr, sehr mühsam war. Ich finde, im DAX kann man das sehr, sehr stark sehen. Also wir sehen hier tatsächlich folgendes Geschehen. Wir haben bis Donnerstag eigentlich fast nur in einer Range getradet, die sehr, sehr eng war. Und dann kam am Donnerstag tatsächlich der große Ausbruch nach oben Richtung Norden. Wir haben den natürlich auch getradet in der Akademie Long. Das hat bestimmte Gründe, auf die ich noch zu sprechen kommen werde in den nächsten Videos. Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass wir in einem Abwärtstrend sind. Warum ich daran festhalte, dass wir in einem Abwärtstrend sind, liegt an mehreren Faktoren. Wir können, wie ich bereits letzte Woche nämlich gesagt habe, immer noch einen extrem schwächelnden Goldpreis sehen. Wir befinden uns aber an markanten Stellen. Ich hatte das, wie gesagt, letzte Woche schon gesagt. Wir befinden uns an markanten Stellen. Wir befinden uns nämlich in mehreren Bereichen. Nicht nur im Goldpreis befinden wir uns an der sogenannten Golden Zone. Das heißt, zwischen dem 61er und 78er Retracement. Dieses Phänomen haben wir nicht nur im Gold, sondern dieses Phänomen haben wir jetzt bei mehreren Instrumenten. Das haben wir natürlich auch hier tatsächlich im sogenannten NASDAQ. Das ist der Grund, warum wir hier unten nochmal Long eingestiegen sind und damit ziemlich guten Erfolg hatten. Wir sind hier unten nochmal reingekommen in der Akademie Long. Auch hier könnten wir uns demnächst in so einer sogenannten Golden Zone befinden. Und ja, hier kann es zu sogenannten Gegenbewegungen kommen. Denn worauf wartet der Markt? Ich vermute ganz stark, der Markt wartet hier natürlich auf die nächste Zinsentscheidung. Und ich denke, da wird es auch nochmal entscheiden werden, ob der Markt nochmal tiefer kommt oder auch nicht. Was wir ganz klar sehen können. Und ich glaube, darüber gibt es auch gar keine Debatte. Wir sind nach wie vor in einem sogenannten Abwärtstrend. Auch wenn viele, wie gesagt, auch wieder darüber sprechen, dass der Markt sich nach oben bewegen kann. Das ist nicht der Fall. Ja, noch sehe ich persönlich auf großer Zeitebene keine klaren Entscheidungen oder gar keine klaren Indizien dafür, dass sich der Markt Richtung Norden bewegen könnte. Das sehen wir vor allem natürlich auch an den Staatsanleihen. Die machen hier kein Hehl draus. Wir sind weiterhin im Aufmarsch nach oben. Und wenn man genau hinschaut, wird man, wie bereits letzte Woche verkündet, immer noch sehen, dass wir fast auf dem Level von der ehemaligen Finanzkrise gekommen sind oder auf dem Weg dorthin sind, dass wir hier 2008 Level erreichen, die dann doch interessant sind, weil das waren genau diese Level, die dafür gesorgt haben, dass natürlich ein Riesenabsturz an der Börse stattgefunden hat. Und wie wir sehen können, haben wir natürlich jetzt hier einen Riesenabwärtstrend, der jetzt schon seit mehreren Jahren hält, auch durchbrochen. Das heißt, das Abwärtsszenario Stand jetzt ist nach wie vor gültig. Und das können wir, wie gesagt, nicht nur am Goldpreis sehen, sondern auch am sogenannten Volatilitätsindex. Auch hier sind wir nach wie vor tatsächlich an den oberen Stellen oder am Widerstand und halten uns natürlich hier dementsprechend fest. Wir haben hier keine klaren Abfälle gesehen. Im Gegenteil, sondern der Markt hält sich ziemlich stabil. Und das kann doch dafür sorgen, dass wir nochmals Richtung Süden gehen. Wir müssen natürlich nichtsdestotrotz aufpassen. Im Bitcoin-ähnliches Szenario. Auch da haben wir kommuniziert in unserer Signalgruppe beziehungsweise in unserer Akademie kommuniziert. Achtung, hier gibt es nochmal die Möglichkeit, womöglich short zu gehen. Wir sind auch hier reingekommen. Ja, dann kam man natürlich nochmal ein bisschen nach unten. Und auch hier immer noch kein klares Bild. Was will ich eigentlich damit vermitteln? Ich möchte damit vermitteln, wenn wir genau hinschauen, werden wir feststellen, dass wir immer noch in so einer sogenannten Limbozone sind. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir sehen bestimmte Währungspaare, die in Korrelation stehen mit den Märkten und die für fallende Indizes stehen, scheinen sich immer mehr zu stabilisieren. Auch hier im Euro-AOD ganz klar zu sehen, der Euro-AOD ist ein klarer Indikator dafür, dass es womöglich an den Märkten weiter Richtung Süden gehen kann. Nichtsdestotrotz müssen wir immer wieder Level beachten, die doch eine gewisse Relevanz haben. Und dafür empfehle ich jedem einfach mal, wie gesagt, das sogenannte Fibonacci-Retracement anzusetzen und selber mal zu gucken, was Sache ist. Weil auch hier im DAX sehen wir ganz klar, großer Turnaround-Point direkt an der goldenen Zone. Solange diese goldene Zone hält, sehe ich erstmal keine Gefahr für neue Tiefs. Wir könnten uns aber hier erstmal aufhalten. Das heißt, dieser gesamte Bereich wird womöglich interessant werden können in den nächsten paar Tagen. Ist eine Range von 500 Punkten, ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber das sind genau die Bereiche, die interessant sein könnten, um vielleicht den einen oder anderen Einstieg zu tätigen. Aufgrund der Tatsache, dass wir momentan in dieser engen Range sind und nicht sagen können, in welche Richtung der Markt ausbrechen könnte, würde ich Folgendes tun. An die Seitenlinie gehen, vorerst und warten, in welche Richtung der Markt ausbricht, um dann schließlich einsteigen zu können. Wir werden die Tage auf jeden Fall nochmal ein Update-Video machen, sobald wir klar sehen können, in welche Richtung es geht. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.